hey leute willkommen zurück bei RUGALIGACY bei Steam ich finde klasse wen die einigermaßen schaden macht oder ja ok viel aushält und wir viel aushalten tun wir hier nicht 2035 haben war zu wenig um das zu graden ich will aber lieber nichts anderes weiter upgraden weil ich den preis von dem hier weiter haben möchte dann muss ich wohl den preis drücken hey du oder hast du noch was interessantes für mich die vampire sachen groß nehmen die rune reicht mir aus ja dann nimm halt mein geld 400 haben wir noch ja 407 ist ja nicht so wenig nur ein bisschen strange jetzt haben wir den flugmodus stimmt ja auch gott hier gleich mal töten und auch einigermaßen an lebenspunkt habe ich hier sehe ich schon wieder ja du kannst doch gut vorangehen wenn wir nur einigermaßen auch uns gut schlagen so und zehn prozente heilt schon mal ganz nicht so wenig zehn prozent muss ich aufpassen so kurz weg hier und wieder rein ja natürlich das nicht kontrollieren können okay so wow und es ist voll komisch dass er die feuerbälle die hälfte noch reinschießen kann und erst dann probleme gibt mit dem feuerbälle aber gut wenn es so ist dann ist es so hier die kommt schon fast wieder raus so hey ich will das machen gerade der move müsste so gut mit der konsolensteuerung dann müsste man überhaupt keine probleme haben so fast geheilt ein typ müssen wir umbringen dann sind wir vollkommen wieder geheilt der unten ist einer der getötet werden will so gut oder wir scheinen uns so einfach ich will dauernd versuchen ich sollte nicht so viel rumspielen ich will dauernd versuchen wenn ich dann davon sprung gemacht habe dann gleich nochmals ein sprung zu machen so gottes will und hier kann man sogar runter ach nein da war ein böses bild und du noch mal lass mich in ruhe da komme ich gehe ich nicht runter erstmal wow ja klar den einen block ich in der andere trifft mich super sache da unten war eine truhe so gib mir was zu essen gib mir irgendwo also die truhe gibt mir eh nichts zu essen aber irgendwelche anderen sachen hier okay haben wir noch einen grunen leuchter gehabt übrig weiß gar nicht mehr nein aber hier will ich runter gehen okay ah gut hier am weißen sehr schön weil ja hier wegen boss und so nom 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 okay was gibst du mir ja ich hoffe nicht dass sonic denkt charons obel keine ahnung was das nochmal war okay wir bekommen ganz schön viele mann ertränke nicht dass es daran liegt dass wir dann viele mann ertränke bekommen wow okay das also nein der untere bereich dann davon ja und die paar kisten die lassen wir einfach mal so stehen im raum stehen lassen komm schon lass runter hm ja jetzt bleibt deine münze vielen dank ich brauche geld jetzt bleibt die da hängen nein zombie böser zombie wo ist mir mein zombie runter gefallen das hat mich total gewundert als wäre ab einem bestimmten level ganz am anfang die so dumm dass die immer runter fallen können das ist schon wieder scheiße aus ok jetzt ja klar das ist auch bescheuert ich frage mich wie man da keinen schaden bekommen soll stelle ich mich so blöd an oder ist das verdammt schwer die wünsche nichts machen ist total so simpel und einfach wo einfach ist wo ist das noch mal schon ach nee da muss man runter dann würde ich gucken ja ach so klar da gibt's auch noch ja da waren zwei truhen gewesen die hätte ich haben wollen gut nächste klasse ah wir haben paladin wieder den nehmen wir guard shield ok ja ach der guck mal der hat sogar noch dieses item ach das hat die münze gebracht dass ich kostenlos reinkomme verstehe das hatte ich schon mal gehabt ja mich dieses jetzt verschwunden die münze das soll mal einer sehen ja 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 klar ok dann haben wir wenigstens ein bisschen geld gespeichert drucken wir dass wir jetzt noch ein bisschen geld bekommen ok und zack runterfallen ist jetzt auch nicht so schlimm vor höhe habe ich da eigentlich keine angst ja ja hoch hoch schnell reagieren schnell reagiert krasses teil gesehen wo das noch mal zwei na komm schon scheiße das habe ich voll wenig geld bekommen dafür oder gold bist du böses bild oder klar sieht man doch schon allein schon die hälfte von sachen überschrieben wird dieses bild überdeckt werden ich werde erstmal hier ausreichen und noch mehr geld das wird der wache dann weniger geben können es lohnt sich dann wirklich bevor es dann extrem teuer wird und ich wirklich geld dafür ausgeben ich mache ich auch platt die mache ich platt ich mache jetzt richtig platt ob hier noch was essen ist essen? komm genau so ja haha oh 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 gut schon haben wir einen Lebenspunkt eigentlich noch viel zu viel als dass ich die sachen die schon zerstören möchte wir kommen später wieder hier ist nämlich noch ein raum take no damage klar hm 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 ja logisch take no damage und so dachte gerade ich krieg das hin aber nein so so ist ist geil ok so wir wollten da oben nochmal hin weil da nochmal Lebensmittel für uns sind weil wir Lebensmittel essen nom 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 da sind wir hier oben ok nichts schlimmes pfff bleibt der fast vor mir vor meiner Nase stehen komm schon wow der hat extrem viel gegeben essen ach man kann ja mal hoffen das ist ein Teleporter uiuiui das heißt wir kommen ein anderes Gebiet aha ach komm schon hier man nervig ich irgendwie lokale sind also ninja es ist total nervig hier ist klar ist klar ist logisch habt ihr mal gesehen was die gemacht haben das ist logisch das ist logisch ah licht ok licht mit zwei unterschiedlichen Sachen nehmen wir das hier und jetzt können wir das machen yes das kostet jetzt auch noch wieder tausend mehr oh ich bin relativ schnell gucken wie viel wir bekommen aber jetzt nicht so schnell bitte die eine taste drücken ok das noch mal essen das merke ich mir vor dass da essen ist ja ich habe ich auch noch gesehen nicht dass es verschwindet das essen naja ich weiß nicht wann es verschwindet ich glaube erst wenn ich aus dem Bildschirm rauskomme klären wir erstmal den Raum hier komm du bist doch wieder ein böses Gott oder ja ok war reichlich unspektakulär hm haben wir mal essen bekommen und es bringt uns nichts so nochmal gemeistert zack tötet junge getötet und Zombies mein Gott die oh oh ich wollte gerade sagen dich kriege ich auch noch hin aber jetzt haben wir schon wieder so 4 essen bekommen und ja klar ist ja eigentlich auch kein großes Problem ich meine mal jedes bisschen sollte ja nie ein Problem darstellen oder genau wir schaffen das schon wir schaffen das was haben wir hier oben ah oh fuck Mist wir hätten ihn fast besiegt damit durch die Magie aber zu spät äh nehmen wir doch mal den Kabel ja ja brauchst mir nicht vorhalten dass wir kaum was haben so ok 70% 50% nur noch abgeben wäre gut echt gut das sollte nicht ein Problem sein das sollte nicht ein Problem sein du kannst es wieder nur zweidimensional sehen das müsste nicht so sein wow das vielleicht nur so fast 5000 kostet das mal zusammen zu bekommen naja wir werden schon ein paar nette Sachen finden wo es klappt das war das schon erreichen 5000 Gold mal zu sammeln sollte doch finde ich oder naja ihr findet es auch auch ich frage mich echt wie soll ich denn da hinkommen wie soll ich denn die enemies töten bitte schön ich habe hier nirgendwo durchgegangen ich bin wieder klein ich weiß nicht ob es kleine weiter bringen sind auch alles ist alles nichts das was man bringen kann ich weiß ja schon dass es im Wald zum Beispiel über unsichtbare Sachen gibt aber hier ist auch hier ist nix ich weiß nicht wie ich die besiegen soll ich weiß nicht ob das spezielle Runen oder sowas gibt na ja klar jetzt auf einmal ich habe schon vorbereitet und dann wollte er nicht ja ok jetzt gehen wir durch und nochmal hier hopp hoch ja 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 ok die kriegen wir auch so hin kein Problem Doch, vielleicht kriege ich das extra Vielleicht kriege ich das hin als so karge Warte mal kurz Ich habe da eine Spezialfähigkeit Müssen wir gucken, ob die Spezialfähigkeit Dafür vorgesehen ist Und zwar die hier Nein Ich bleibe gegen die Wand stecken Ich kann nämlich so einen Baumschlumpf machen Und mich dann ein bisschen teleportieren So hier Aber hat nichts gebracht dort Ach, ja klar Komm her Ach ja, klar Ich finde es immer so beknackt Und jetzt packt sie schon wieder eine Münze da unten hin Die ist meine Das kann nicht sein Dass sie das alle machen Diese Münzen dann nehme ich mit Hey Quantum Translator Was machen wir damit? Ach so, stimmt Habe ich nie ganz verstanden Okay Ich dachte immer, das wäre dann so eine Sache Da werden die Gegner dann anschließend auch Dichter fix Also auch Den Schattenbild fixiert Mehr oder weniger Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt Was ich da vermute Boah Okay Okay Ja Da komme ich nicht so Und Los Boom Fertigmachen Dich mache ich auch fertig Hüsch Komm Irgendwo essen Gib mir ein Chicken Oder sowas Dann brauche ich auch mal wieder Die Fähigkeit Schicken zu machen Boah Da ist eine Truhe Wow Viel zu Echtig Okay Kurz mal teleportieren Mh Machen wir es nochmal Weil wir es können Einfach so Was haben wir hier? Guck mal Guck mal Wer da kommt Noch gleich Ach Komm schon Kann nicht sein Mal wieder Selbe Schmarm Hat er umschon ne Truhe Yes Noch ein bisschen Gold Bisschen ist gut Ist eigentlich gar nicht mehr so wenig Ich komme langsam auf meinen Yes In so einem Raum hier Ah das ist wieder die Teleporta Raum Heißt Hier oben ist irgendwas Ungünstiges Das ist ein Mimic Auf jeden Fall Aber wir machen so viel schauen Dass das nicht das Problem ist Böses Bild Ja Komm schon Nein Dieser Wagen Hier Ihr seht es Die wurden von Wagen getötet Gut Leute Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao 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 Ciao